Hahahaha Das ist ja gut, ey Find ich grad gar nicht so gut Übrigens die Mauer voll gut gegen Zombies, glaub ich Ja, die wird doch noch besser, die Mauer Komm her, Chicken So In meiner Saune hab ich ein Bett, ja? Alter Moment mal, die Frau Mutter Ja, bitte Nee Nee Dann war die von grad vorher irgendwann, keine Ahnung Ja Gott Ja, das klaut eh keiner Hahahaha Ach, da ist der Köter wieder Ja, genau Hallo, Creeper Ja, alles klar Tschüss Tschööö So, das war die Frau Mutter live in der Sendung Und jetzt, äh, hab ich auch die Schnauze voll hier Hast du mich grad zweimal angerufen? Nein! Doch, hast du? Nein! Gib's doch zu! Hab ich nicht, echt nicht jetzt Boah, Alter, hier ist ja Lehm ohne Ende Hier kannst du ja... Ah, nein! Scheiß Vieh, ey! Kack Chicken ist ausgebrochen! Was? Ja Echt? Wie kann dat denn? Ja, aber ich wollt dat füttern, dann hab ich dat rausgelassen, eben Sperr doch bei uns den... Aber jetzt haben wir schon... Drei Chicken Mach doch hier einfach so'n, so'n, so'n Dinges... Ne? Was willst du von mir? So'n überdachtes Ding Was? Aus Gestein Da steckst du das ganze Chicken rein So'n Bunker baust da halt Ja, Chicken ist da jetzt im Gehege Rein theoretisch Hä? Ja, Chicken ist da jetzt im Gehege, ey Das ist halt ja nicht Ach so Ich komm' jetzt so nicht mehr aus dem Gehege raus Weil der scheiß Chicken vor dem Gehege-Tür steht da Ob ich assi Die ganze Kühe kommen auch schon zu mir Na, kommt ihr scheiß Chicken, wie ihr habt Hopp, komm Na Ah, komm schon, komm schon, komm schon Und jetzt in der Waffe wechseln, haben die schon Angst vor mir Und jetzt lauf ich raus Ha! Ach, geschafft Lehm ist wichtig Für... Ein Skelett Wel adapt Skelett Man Töten Ach nein Doch hab ich getötet Ich muss ja auch wieder leveln Ich bin jetzt nur Level 6, das ist voll schlecht Ich bin Level 3 Oh, ein Creeper Und Skelette und'n Zombie Uua Wow Also der Creeper hat das Skelette weggesprangt Oh Fast, also ich hab's noch getötet Das heißt ich krieg die EP, hoff ich what Scheiß hier, ey Naja, du dreckst Zombie, stirb. Geht doch. Warum droppt er kein EP? Ja, geht doch. Schöner Zombie. Aber jetzt mach ich das Loch wieder mit Matsche nur einmal oberflächlich zu. Ich schwöre, unser ganzer Garten sieht irgendwann so aus. Siehst du genauso, ne? Ja. Ich hab voll Gehirn, Junge, ja. Wo ist denn mein Schmerd? Schmerd? Ja. Wo bist du überhaupt schon wieder? Ich bin die ganze Zeit am Tauchen. Warum? Ja, für Lehm. Bist du behindert oder was? Nein. Ich möchte mal was aus Lehm bauen. Ganze Lehmziegel rausmachen, damit kann man bestimmt wunderschöne Dächer machen. Nein. Doch. Ich hab da schon ne bessere Idee für. Ach. Du hast überhaupt keine Ideen. Aber erstmal möchte ich noch gucken, wo der scheiß Kompass hinführt. Hast du immer noch nicht? Ne, ich bin immer noch am Laufen im Doofen. Vollidiot. Oh Gott. Ihhh, ne Spinne. Ihhh, ein Wolf. Watt den Herzen. Ihhh, ein Neger. Ja, bist du. Achso. Boah, Alter. Der führte mich ja am... Ach, hier führte er mich hin. Okay, ich komm der Sache näher. Ah. Okay, also hier scheint man zu spawnen. Ist ja schön da. Dann baue ich mal hier ne Fackel hin und fackel uns den Weg quasi zur Hütte. Mach mal so nen Pfeil oder sowas. Ne, ich mach einfach den Weg aufs Fackeln. Von mir aus. Oh, ein Zombie. Ich muss EP farmen. Boah, cool. Hier gibt's so rote Blümchen. Äh, die gibt's überall? Ist schon wieder der nächste Creeper, ey. Entspann dich. Na echt, ist schon wieder der nächste Creeper hier. Oh, den hab ich voll gelegt, den Creeper. Hast du den gelegt? Ich hab den voll gelegt, man. Cool. Ich hab wirklich keine Chance, ey. So hart hab ich den weggebummst. Ist doch ein Skelett. Ah, irgendwie ruckelt das bei mir heute hart. Ich glaub, ich stell mal hier die View Distance n bisschen runter oder so. Da ist nämlich schon wieder ziemlich hardcore, glaub ich. Äh, far, normal, short, tiny, far, normal ist glaub ich ganz gut, oder? Ja. Immer noch 16 Frames. Ja, reicht doch, oder nicht? Ich krieg ja voll die Krise. Ich weiß gar nicht, woran da liegt, ey. Das liegt daran, dass du aufnimmst. Nein, das hat so... Ich verarschen, oder? Nein. Ist die Aufnahmeplatte voll. Nein. Die ist hier noch fröhlich am rattern. Jetzt hätt ich grad 300 GB drauf. Nein, ich sterbe! Fuck, fuck, fuck! Fuck! Fuck, fuck! Fuck! Ich sterbe gleich, Mann. Ich sterbe, Mann. Du machst das schon. Ja, sterben mach ich auf jeden Fall. So. Boah, jetzt kann man hier nen Beef essen. Jetzt kann man sich einfach nicht mehr verlaufen, ja? Alter, der Zombie hat die Tür aufgemacht, da bin ich blöd. Hä? Ja! Nein, die Türen, die haben Eigenleben. Ist auch nicht unbedingt besser. Ah, da steht ja noch ein Skelett neben mir. Cool. Alter! Und ich komm nicht mehr durch die scheiß Tür durch. Alter, will ich das scheiß Vieh verarschen? Ich komm nicht mehr durch die offene Tür durch und das Ding wichst mich schon kaputt, weil da der scheiß Crafting-Table zwischen uns beiden steht, ja? Alter! Alter! Jetzt ist ein Scheiß-Lichter jetzt wieder rum, ey. Ja, jetzt kennst du ja einen Weg. Ja! Toll! Ach so. Hm? So. Was? Hier ist kein Weg. Wie, da ist kein Weg? Sind da keine Fackeln, wo du bist? Hm, hm. Wo bist du denn? Da sind nur ganz viele Wölfe. Und Lava ist hier. Was ist da? Lava! Dann bist du ja völlig wunders. Nee? Doch. Du musst diese Kack-Wald hier einfach mal abholzen, ey. Ja, jetzt sehe ich deine Fackeln. Dann bist du ja doch da. Ja, ja. Nur ein paar Meter daneben und wegen der Scheiß-Wald siehst du nicht, wo du lang gehen musst, ey. Das ist einfach nur so ein Kotzen, ey. Hm, 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 hm. Hast du schön gemacht. Was hab ich denn gemacht? Ja, die Dinge sind weg gebaut. Uh. Oh, der schiebt Folge hier an. Mir platzt gleich der Schädel, ey. Hast du sogar in See reingebaut welche? Was hab ich da? Ja, im See welche reingebaut. Innen drinnen enthalten. Äh. Ne, im See? Was? Ne? Ja. Ich hab da so Kack-Stifte gebaut. Ja, eben. Ja, richtig, genau. Affe. Was soll man eben ne kurzes Break gleich einlegen? So ein richtiges? Ja, und dann? Dann guck ich nicht mal, woran das hier liegt, dass ich so Kack-Frames hab. Das ist ja mir echt zum Kopf. Ja, richtig. Dann kann ich ja auch was zu trinken holen. Ja. Ich lauf jetzt nur zurück, sammle meine Sachen ein und dann machen wir ne Pause. Ich denke auch. Boah. Bäh. 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 Ja. Vielleicht läuft da auch im Hintergrund irgendein Scheißgrad, weil weiß ich was da läuft. Windows-Update. Ja, so zum Beispiel. Hitler-Update. Hitler-Update. Bringen wir noch ne Kopfschmerz-Tablette mit. Nein, du von den ganz harten. Okay. Hey, SD. Ja, das ist auch okay. Freih mit Leben. Hm. Da wollen die mich alle verarschen. Warum, ich... Ahhhh... Jetzt mein ganzes Krempel ja einsammeln. Oh mein, ach. Leben. Hallo Vater. Wie hat jetzt mein Auto? Beim Timo. Neger. Was? Ja weiß ich nicht. Ich hab jetzt eigentlich auch nicht wirklich Zeit. Ja. Alte, alte Menschen. Ja genau, alte Leute, ganz anstrengend. So, ich würde sagen, dann machen wir jetzt mal unser Päuschen. 1, 2, 3, Pause! So meine nigerianischen Kriegstreiber, da sind wir wieder. Kleine Pause gemacht, Drogen reingeschmissen, alles wieder in Ordnung. Alles wieder locker durch die Hose atmen. Uns ist während der Pause allerdings aufgefallen, dass ich ja mal scheinbar irgendwie so einen Weihnachtsschlüpper trage. Zeig mal. Keule. Lauf mal so ein bisschen um mich rum. Das ist eindeutig der Weihnachtsschlüpper, würde ich sagen. Ja? Drück dich mal. Hier. Warte. Oh ja. Oh, ist das geil, ja. Jetzt hab ich wenigstens schon mal 20 Frames, damit kann ich arbeiten. Ich weiß nicht woran da grad liegt, das ist ganz merkwürdig alles. Ich esse Schokolade. Ja. Deine Mutter isst Schokolade. Ja, die auch. Ähm, jetzt hab ich schon wieder nur 17 Frames. Wat soll der Scheiß? Warum? Ey, GPU-Auslastung 20%, ja? CPU-Auslastung 40%, warum? Ja. Nicht irgendwie an Mindfuck, glaub ich. Irgendwas stimmt da grad nicht. Richtig. Irgendwas... Irgendwas wird da wieder gepatcht, weil irgendwas kaputt gemacht hat. Kaputt gepatcht. Nennt man halt in Fachkreisen auch. Ich brenne gerade Lehm. Es ist schön. Äh. Was ich daraus mache aus dem Lehm? Ne. Lehmziegel. Weit, wir haben jetzt ne Mauer gebaut, richtig? Wir haben jetzt ne Mauer gebaut, aber die ist noch nicht fertig. Und wir haben ne Chickenfarm gemacht, ja? Ja. Äh. 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 Wir müssen doch die Brotbewässerungs-Scheiße machen. Dingens. Größer. Die Farbenpimpen. Wir brauchen Samen. Alles, was ich jetzt erst mal mache... Ich sorg jetzt erst mal für heißen Kuh-Sex. Gibt's das ihn? Ja. Oh. Alter, jetzt geht ja richtig, der Punk. Alter. Alter. Wir haben jetzt gleich so viele Kühe, ja? Neun Stück an der Zahl haben wir jetzt. Ja. Nein. Du hast schon ein paar Schlachten, ne? Ich würd sowieso sagen, wir sperren die irgendwann zu zweit in so kleinere Gehege. Hehehe. Dann spült hast du die immer. Schlacht ist eine davon. Hehehe. Ja. 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 Ja.